Was ist Digitalisierung? Digitalisierung ist erstmal kein Selbstzweck. Big Data, Cloud, künstliche Intelligenz, das sind alles Worte, die werden in diesem Kontext vielfach als Buzzwords genutzt. Aber im Kern geht es doch darum, was bringt Digitalisierung eigentlich dem Kunden? Das richtige Stichwort dabei sind datenbasierte Services und dafür muss zunächst einmal die Basis gelegt werden. Dazu gehört die Datenerfassung, die Datenvorverarbeitung und aber auch der Datentransport. Und Weidmüller ist in diesem Kontext der richtige Partner, sowohl für die Services als auch für die entsprechende Infrastruktur. Viele datenbasierte Services werden heute auf Basis von künstlicher Intelligenz erbracht. Dazu gehört zum Beispiel die Anomalie-Detektion, die vorausschauende Wartung oder Predictive Maintenance, vorausschauende Qualität oder auch der vorausschauende Energiekonsum einer Produktion. Aber längst nicht alle datenbasierten Services basieren auf künstlicher Intelligenz. Es gibt auch einfachere Mehrwertdienste. Dazu gehört zum Beispiel die Zustandsüberwachung oder Condition Monitoring, das Energiemanagement oder auch die Überwachung der Maschinen- und Anlagenauslastung, im Englischen kurz OEE. Grundsätzlich gilt aber bei all diesen Services, je mehr Informationen und je mehr Daten ich zur Verfügung habe, umso effizienter kann ich die datenbasierten Services anwenden. Und der Kunde profitiert am Ende mit höherer Maschinenverfügbarkeit, mit einer Senkung der Instandhaltungskosten und nicht zuletzt mit einer Verbesserung der Produkt- und der Prozessqualität. Die Basis für die genannten IoT-Applikationen ist U-Mation, unser umfassendes Digitalisierungs- und Automatisierungsportfolio. Das umfasst zunächst einmal skalierbare Automatisierungs-Hardware, zum Beispiel die Steuerung U-Control oder das I-O-System U-Remote. Dazu gehören aber auch innovative Engineering- und Visualisierungstools, wie U-Create Web, Studio oder IoT oder aber unser Tool für Ressourcen- und Energiemanagement U-Create Resma. Diese Tools werden ergänzt durch spezifische Applikationslösungen und vorgefertigte Funktionsbausteine, wie zum Beispiel das eben genannte OE-Monitoring. Aus diesem Portfolio kann sich der Kunde natürlich auf der einen Seite selbstständig bedienen, auf der anderen Seite bieten wir umfassende Engineering-Services, um individuell auf die Herausforderungen unserer Kunden einzugehen, zum Beispiel mit kundenindividuellen Assemblierungen. All das wird schlussendlich abgerundet durch unser Angebot für Machine Learning. Das heißt, wir haben umfassendes Analytics-Know-how, um Aufgaben mit Methoden der künstlichen Intelligenz zu lösen. Wir nennen das Ganze Industrial Analytics. Kurzum, wir als Waldmüller bieten ein umfassendes Portfolio. Die ganzheitliche Unterstützung unserer Kunden ist uns extrem wichtig, damit Digitalisierung mehr ist als nur ein Selbstzweck.